Fabio, herzlich willkommen zurück in Wolfsburg, erzähl uns, wie war dein Sommer, was hast du so getrieben? Ja, ich war zehn Tage in Miami im Urlaub, war super schön, also kann man sich nicht beschweren. Ich war noch eine Woche bei meinen Eltern im Landsurlaub, die besucht, war aber die Meisterzeit in Wolfsburg, hatte hier meine Reha wegen der Schulter und ja, jetzt geht's wieder los. Du sprichst deine Schulter an, wie ist da der aktuelle Stand, bist du fit für die neue Saison? Ja, es ist recht gut, also es ging dann doch schneller als erwartet, ich fühle mich richtig gut, die Physios haben super mit mir gearbeitet und ja, jetzt sehen wir, was am Eis passiert. Ja, Jimmy, I hope you had an exciting summer, tell us about your trip to Hong Kong. Yeah, I went at the end of the season there, my sister, she teaches there, it was her first year there, so I never been to Asia or anything, so I thought it was a pretty cool experience. It's kind of like New York City, but it's a lot tighter, but it's crazy that it's like, I never knew that it was like on an island and in the mountains and it's a really cool experience, cool to see and I'll definitely go back there. Now you're back here, how about your shape? Yeah, I mean, it's good, it's, you know, short summer, short time going to the finals like that and playing so much hockey, but we'll see, it's a new season and a new beginning, so go into it with a fresh start. Thanks, Jimmy. Thanks a lot. Vielen Dank.